Ja, wenn ich hier, fangen wir an zu begreifen, dass die kleinen Dinge reichen, dass sie reichen mit dir. Ja, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Killerwochentalk. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine schöne Woche. Das erste Mal in Folge 39 mit dem neuen Intro, mit dem neuen Song, Wer, wenn nicht wir, von Vincent Weiß. Das wird uns jetzt die nächsten mehreren, mehreren Folgen bis zum Schluss im Killerwochentalk vielleicht begleiten. Als neuen Intro, als Einleitung in die neue Wochentalkfolge, ab Folge 39. Und das ist heute. Zu Gast haben wir heute die Finanzministerin des Landes Schleswig-Holstein und die stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holsteins, Monika Heinold. Sie ist Abgeordnete der Partei Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist schon lange, das erfahrt ihr auch gleich im Interview, gleich im Gespräch mit Frau Heinold, im Kieler Landtag. Sie war am Bundestag. Sie ist im Kieler Landtag, wie gesagt, die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen. Sie bindet mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther und dem schleswig-holsteinischen Gesundheitsminister Heiner Gag, eine Koalition, SPD, FDP, die Grünen und die CDU. Das ist die Jamaika-Koalition hier in Schleswig-Holstein. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über die aktuelle Corona-Pandemie natürlich. Wir sprechen über vieles weiteres, wie es überhaupt dazu kam, in die Politik für sie. Wir sprechen darüber, wie es eigentlich zustande kommt, dieses gute Verhältnis. Obwohl man auf drei verschiedene Parteien kommt, hat man eine gute Zusammenarbeit. Meistens, so auf jeden Fall in Schleswig-Holstein. Und Corona, das wird uns natürlich auch begleiten. Die Konflikte zwischen den USA und China, darüber sprechen wir natürlich. Der Lockdown bis zum 14. Februar, also noch exakt eine Woche, sind wir eigentlich im Lockdown. Aber höchstwahrscheinlich, die Chancen stehen hoch, dass da verlängert wird. So hat unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel angekündigt in einem RTL-Interview. Friseure öffnen vielleicht. Die Bildungsstätten, also die Kitas und die Schulen, die werden höchstwahrscheinlich öffnen. Trotzdem ist der Wert im Land Deutschland, der Inzidenzwert soll unter 50 senken, bis wir eine leichte Normalität wieder spüren können, wie wir sie auch, ich will jetzt nicht sagen letztes Jahr, aber Anfang des letzten Jahres spüren konnten. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt rüber ins Interview mit Frau Monika Heinold von den Grünen. Viel Spaß. Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, wir würden zunächst einmal über Ihren Weg in die Politik sprechen. Dann kommen wir zum Thema Corona und dann gehen wir nochmal auf die US-Wahl und die Bundestagswahl ein. So machen wir das. Zunächst einmal die Frage, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass Sie in die Politik eingestiegen sind? Ich habe als junger Mensch eine lange Reise gemacht, ein Jahr rund um den Globus, weil ich einmal schauen wollte, wo ich gerne leben möchte. Und ich habe auf dieser Reise festgestellt, dass wir viel Überbevölkerung haben, viel Umweltschäden, auch damals schon Krieg, Armut, Elend. Und auf dieser Reise habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich erstens gesagt habe, ich wandere nicht aus, sondern ich bleibe in Deutschland. Und zweitens, ich will Familie gründen. Und wenn ich Familie gründe, dann will und muss ich mich auch gesellschaftlich einmischen, damit wir eine lebenswerte Erde erhalten. Und da kam automatisch die Grüne Partei in Frage, um sich politisch zu engagieren. Wir hatten damals die Zeit des Waldsterbens, die Zeit als Atomkraftwerk gebaut, wurden wir in großer Sorge um unsere Umwelt waren. Und so bin ich in die Grüne Partei eingetreten. Würden Sie sagen, das war auch schon Ihr Wunsch als Kind? Nein, auf keinen Fall. Ich war als Kind nicht politisch, sondern ich bin tatsächlich nachher als Jugendliche sensibilisiert worden durch diese großen Umweltthemen, die damals rauf und runter diskutiert wurden und ja auch mit großen Demonstrationen begleitet waren. Sie sind halt jetzt nur bei den Grünen. Wäre denn eine andere Partei auch für Sie in Frage gekommen oder gar nicht? Nein, mir war die Ökologie ganz wichtig und die soziale Gerechtigkeit. Und bei der sozialen Gerechtigkeit, da hätte ich vielleicht noch die SPD wählen können. Aber der Umweltgedanke war damals sehr stark von der Grünen Partei besetzt. Die war ja dabei, sich zu gründen. Und da war es mir wichtig, mitzumachen und auch klar in dieser Ausrichtung sich eben um unseren Globus zu kümmern. Und deshalb hat dieses erste Plakat der Grünen oder eines der ersten mir auch sehr, sehr gut gefallen, wo ja draufsteht, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Das war damals auch so mein Leitgedanke, weshalb ich gesagt habe, da will und muss ich mich engagieren. Wenn Sie sich jetzt nochmal an den ersten Tag hineinversetzen, Ihren ersten Politiktag, mit welchen Hoffnungen sind Sie in Ihre lange Karriere gegangen? Ich wollte keine Karriere machen, sondern ich wollte eigentlich nur vor Ort mitwirken, dass wir etwas verändern. Und ich bin damals ja parallel meinen beruflichen Weg gegangen als Erzieherin, habe ich in unterschiedlichen Einrichtungen gearbeitet. Und an Karriere habe ich damals überhaupt nicht gedacht. Die Grünen waren in der Gründung, die waren in keinem Parlament und das war auch nicht mein Ziel, irgendwo im Landtag oder im Bundestag zu landen. Hätten Sie denn früher gedacht, dass Sie jetzt so eine hohe Position im Land Schleswig-Holstein auch haben werden? Nein, das hätte ich nicht. Mein Ziel war, als Erzieherin zu arbeiten. Das habe ich viele Jahre mit Leidenschaft gemacht. Ich bin dann eher zufällig in den Kreistag im Kreis Segelberg gekommen. Wir haben ja die harte Quotierung als Grüne auf unseren Listen. Und deshalb war es damals so, dass die Männer alle Frauen in der Partei angesprochen haben, gesagt haben, Mensch, könnt ihr nicht kandidieren, weil die konnten selbst nur kandidieren, wenn auch Frauen auf der Liste waren. Und so bin ich angesprochen und mobilisiert worden, habe gesagt, okay, Kreistag kannst du ja mal ausprobieren. Aber war mir sehr unsicher, ob diese Form der aktiven parlamentarischen Politik überhaupt was für mich ist. Und dann im Kreistag war ich total überrascht. Also ich habe eigentlich in dem Moment erst, wo ich Politik richtig erlebt habe, da flammte dann meine Begeisterung auf und der Wille, wirklich auch ganz aktiv mitzugestalten. Wenn Sie jetzt mal so anfangen, nur auf Ihre Karriere zurückblicken, auf Ihren Weg, was war bisher Ihr größter Erfolg? Mein größter Erfolg, wenn ich rein die Karriere betrachte, war der größte Erfolg natürlich der Tag, an dem ich Finanzministerin wurde. Da war ich sehr stolz und habe mich auch gefreut, aber hatte natürlich auch ein bisschen Bange, ob ich das alles so packen kann. Inhaltlich war bisher mein größter Erfolg, dass es tatsächlich in dem Finanzbereich gelungen ist, für Bildung mehr Geld zu mobilisieren, insbesondere auch für die Kindertagesstätten. Ich habe ja viele Jahre in Kindertagesstätten gearbeitet und mir war die frühkindliche Bildung immer sehr wichtig. Und da sind wir tatsächlich, seitdem ich in der Politik bin, seit gut 20 Jahren erhebliche Schritte vorangekommen. Und was würden Sie sagen, war Ihre bisherige größte Herausforderung? Die größte Herausforderung war tatsächlich, das Ministerinnenamt anzutreten mit einer großen Verwaltung mit viereinhalbtausend Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in der Steuer- und Finanzverwaltung in Schleswig-Holstein. Ich meine, das war schon sehr aufregend am Anfang, diese Verantwortung. Wo möchten Sie denn jetzt noch als Stand anfangen, ja nur hin? Auf welche Position vielleicht noch und was möchten Sie noch erreichen? Ich habe alles erreicht, also mehr erreicht, als ich je erreichen wollte. Insofern habe ich da keine weiteren Ziele, sondern ich bin einfach dankbar dafür, dass ich auch gerade in diesen schwierigen Zeiten mit dazu beitragen kann, dass wir als Land gut durch die Corona-Pandemie durchkommen. Würden Sie in Zeiten der aktuellen Pandemie sagen, Sie bereuen das als Politikerin an, um gefangen zu haben? Nein, gar nicht. Es ist ein anstrengender Job, da soll man sich nichts vormachen. Es ist tatsächlich eine tägliche Herausforderung. Es ist viel Zeit, es ist auch immer wieder Ärger. Sie müssen auch die Kraft haben, sich durchzukämpfen. Aber es ist auch eine Aufgabe, die Sie mit Leidenschaft erledigen können, in der Sie gestalten können und tatsächlich die Welt ein bisschen besser machen können. Was würden Sie denn jetzt jedem raten, der in die Politik einsteigen möchte? Was muss man für Qualifikationen mitbringen? Das Wichtigste ist tatsächlich, eigene Ziele zu haben und zu wissen, inhaltlich zu wissen, was will ich eigentlich verändern, warum gehe ich in die Politik? Es gibt ja Menschen, die in die Politik gehen, nur um Karriere zu machen. Das ist aus meiner Sicht kein guter Weg. Aber sich selbst zu fragen, was sind meine Ziele, was will ich verändern, wo will ich hin, was kann ich beitragen, zu brennen für Gestaltung, das ist das Entscheidende. Und die berufliche Qualifikation ist dabei nicht wichtig. Da will ich jede und jeden ermuntern, sich die Dinge auch einfach zuzutrauen. Gerade auch Frauen, die da ja immer ein bisschen zurückhaltender sind. Ihren Weg im Moment, wie würden Sie diesen in drei Worten beschreiben? Spannend, erfolgreich und abenteuerlich. Gehört die Corona-Pandemie denn bisher zu ihren größten Herausforderungen, die Sie dabei hatten? Nein, die größte Herausforderung war tatsächlich der Verkauf der HSH Nordbank. Hier hatten wir ja als Land Schleswig-Holstein gemeinsam mit Hamburg eine Bank, die dem Land viele finanzielle Probleme geschaffen hat, hohe Schulden auch hinterlassen hat. Und diese Bank musste verkauft werden. Das war von der Europäischen Kommission angeordnet. Und eine international tätige Bank zu verkaufen, das war tatsächlich eine Herkuliersaufgabe. Da war ich froh, dass ich gute Staatssekretäre hatte, die mir da geholfen haben. Ich war froh, dass wir es im Schulterschluss mit Hamburg machen konnten. Aber das war tatsächlich die große Herausforderung. Dann noch mal eine Frage zu Ihren Kollegen. Abgesehen von den Grünen, also da natürlich auch, haben Sie da eine Lieblingskollegen und auch aus Ihrer Koalition? Also ich arbeite in der Koalition tatsächlich mit allen gern zusammen. Da wäre es jetzt ein bisschen komisch zu sagen, den einen oder den anderen mag ich lieber oder die andere. Ich will aber herausheben meine Zusammenarbeit mit dem Ministerpräsidenten, mit Daniel Günther. Das klappt einfach super gut. Das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Wir kommen ja aus sehr unterschiedlichen Parteien. Und wir sind gemeinsam mit Heiner Gag echt dabei, den Karren durch diese schwere Corona-Zeit zu ziehen, mit allen anderen zusammen. Und das finde ich sehr erstaunlich und beeindruckend, wie gut so etwas funktionieren kann, diese Zusammenarbeit in so schwierigen Zeiten. Was würden Sie denn noch mal zum Schluss jetzt dazu sagen, zu diesem Themengebiet? Woran liegt das, dass man aus mehreren verschiedenen Parteien kommt, weil die Zusammenarbeit doch so gut ist? Wichtig ist, politische Erfahrungen mitzubringen und eine gewisse Entspanntheit, eine Gelassenheit. Aber auch den Willen, dem anderen zuzuhören, sich auf Argumente einzulassen, sich nicht zu verkämpfen und nicht immer Recht haben zu wollen. Und wenn Sie diese Dinge mitbringen und noch mit ein bisschen Humor, dann ist es tatsächlich möglich, aus unterschiedlichen Parteien kommt, im Interesse des Landes gut zusammenzuarbeiten. Alles klar. Dann würden wir zum Thema Corona kommen. Anfang Januar des vergangenen Jahres kam die erste Infektion in Deutschland auf. Wie haben Sie das vergangene Jahr gesehen? Das Jahr 2020 war ein anstrengendes Jahr. Ein Jahr, was sehr anders war und uns allen bestimmt in Erinnerung bleibt. So viel telefoniert habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht, obwohl ich immer dachte, dass ich als Jugendliche viel telefoniert habe. Aber das hat alles getoppt. Es kamen die Videoschalten dazu und es kam eine Ungewissheit dazu, die wir früher so nicht kannten. Jeder von uns in der Politik hat eigentlich einen Kompass und wir wissen, wo wollen wir hin? Was ist richtig? Was ist falsch? Das wissen wir zumindest für uns, wenn wir eine Aufgabe angehen. Dann haben wir ja Ideen davon, wie es gehen kann. Und in dieser Corona-Zeit war alles neu. Es war viel Unsicherheit auch, wenn wir Beschlüsse gefasst haben. Und deshalb war es ein sehr besonderes Jahr mit viel zu wenig persönlichen Kontakten und mit viel zu vielen Telefonaten und Videoschalten. Wie erleben Sie denn, würden Sie sagen, wie erleben Sie die aktuelle Pandemie? Mein Gefühl ist, dass eine gewisse Müdigkeit auch da ist bei den Menschen, eine Angespanntheit und gepaart mit der großen Hoffnung, dass wir auch wieder rauskommen aus dieser Situation, die für viele Familien ja auch belastend ist, die für Singles auch anstrengend ist. Alle sehen sich zurzeit danach, wieder Freundinnen und Freunde zu treffen, Grillen zu gehen, Feste zu feiern. Und deshalb eine Angestrengtheit, eine Müdigkeit, aber bei vielen auch die Hoffnung und der Wille, gemeinsam da wieder rauszukommen. Der schleswig-Steinische Ministerpräsident Daniel Günther hat vor einigen Wochen gesagt, der Februar ist der Monat der Hoffnung. Wie würden Sie die Lage jetzt beschreiben? Die Infektionszahlen senken Sie wieder? Sehen Sie das genauso? Wir haben leider immer noch eine große Unsicherheit. Es ist gut, dass die Infektionszahlen sinken und das zeigt mir auch, dass es richtig war, sehr harte Regeln aufzustellen. Die Zahlen wären noch niedriger, wenn sich alle wirklich an die Regeln halten würden. Dazu kann ich immer nur wieder auffordern. Ich habe null Verständnis für Verschwörungstheoretiker, die glauben, dass das alles nur erfunden sei, wenn im Filmstudio gedreht würde. Das ist absurd. Und ich erlebe aber schon auch, dass Hoffnung da ist, gerade wenn es jetzt in die wärmere Jahreszeit geht. Und wir ja wissen, dass es den Impfstoff gibt, auch wenn es leider eine gewisse Zeit braucht, bis er dann wirklich angekommen ist und verimpft werden kann. Der aktuelle Lockdown läuft noch bis zum 14. Februar. Was denken Sie aus Ihrer Perspektive jetzt? Wird er noch verlängert? Ich finde es falsch, zu einem frühen Zeitpunkt schon immer zu sagen, was kommt, wenn wir ja nicht wissen, wie sich die Zahlen und gleichzeitig wissen, dass die Zahlen so relevant sind. Deshalb würde ich weder jetzt sagen, auf jeden Fall verlängern, zumal das auch nicht meine Gemütslage ist. Ich will ja wie alle anderen gerne auch öffnen. Ich würde jetzt aber auch noch nicht sagen, auf jeden Fall öffnen, weil das von den Zahlen abhängt. Auch von der Gefahr der Mutation. Und eine Woche vor dem 14. ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um anhand der Situation das dann auch nüchtern zu analysieren. Wir haben ja in Schleswig-Holstein einen Stufenplan erarbeitet. Den finde ich gut, eine gute Grundlage. Und jetzt ist es am Wunsch, gemeinsam mit den Ländern darüber zu bereiten, wie wir auch Verlässlichkeit geben. Immer festgemacht an der Entwicklung der Inzidenz. Hier werden wir davon aus, der Lockdown wird noch verlängert. Was denken Sie, wie wird das in der Bevölkerung auslösen? Ich glaube, dass es nicht gut ist, wenn jeden Tag in der Zeitung steht, jetzt wird wieder verlängert, jetzt muss alles noch härter werden, jetzt wird es noch strenger, weil auch das Gefühl entstehen kann, dass es vielleicht Menschen gibt, die sagen, Mensch, das ist jetzt mal hier unsere Hauptaufgabe, immer zu verschärfen und das Regelwerk nachzuziehen. Und danach geht es, darum geht es ja gar nicht, sondern die Botschaft muss sein, dass wir einen Stufenplan als Politik verabschieden, der Verbindungen in Booten und Ländern gibt und dann festgemacht an der Inzidenz öffnen, soweit Öffnungen möglich sind und dann zuerst natürlich an unsere Kinder in den Kitas und Schulen denken, die so dringlich auch wieder Kontakt zu ihren Freundinnen und Freunden brauchen, aber die natürlich auch wieder ein Lernangebot in Präsenz brauchen. Bleiben wir jetzt nochmal beim Thema Öffnung. Das ist jetzt vielleicht eine schwere Prognose, aber wann würden Sie sagen, ist eine Teilzulassung von Zuschauern ins Stadion wieder möglich und ab wann können wir wieder ohne Probleme auf Konzerte gehen? Ich fange mal mit dem letzten Punkt an. Ich glaube, unbeschwert auf Konzerte gehen, das wird in 2021 schwierig. Aber wenn es gelingt, bis zum Herbst tatsächlich auch diejenigen zu impfen, die das wollen, Impfangebote für alle zu machen, dann kann das Jahr 2022, das Jahr der großen Konzerte, werden bei der ersten Frage noch einmal wiederholen. Die Teilzulassung von Zuschauern. Ach genau, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber mit einem guten Hygienekonzept kann das dann starten, wenn wir in der Inzidenz wieder so sind, dass die Ansteckungsfahrt gering ist und dass viele Menschen geimpft sind. Im vergangenen Jahr hatten wir ja auch schon mal die Phase, dass einige Zuschauer in den Stadion durften. Denken Sie, im Mai zum Saisonabschluss könnte das nochmal möglich sein beim Fußball? Also ich muss ehrlich sagen, dass das nicht meine Priorität ist, an die ich denke, sondern worum wir uns wirklich kümmern müssen, ist, dass Kinder und Jugendliche wieder ihre Lernangebote, ihre Betreuungsangebote wahrnehmen können. Dass die Menschen wieder zum Friseur gehen können, dass auch Kleinkunst wieder die Möglichkeit hat, sich zu zeigen, dass Wildparks, Museen, dass dort sich die Menschen auch wieder in ihrer Freizeit hinbewegen können. Und ja, auch für den Sport ist es wichtig, mit Zuschauerinnen und Zuschauern zu spielen. Aber der Sport sollte auch ein gutes Vorbild sein für alle anderen und sich eher zurückhalten, solange andere Dinge noch nicht sind. In einigen Schulen findet jetzt auch gerade für die Abschlussklassenunterricht statt. Finden Sie das richtig? Ja, alles was geht und hilft, den jungen Menschen einen Abschluss zu ermöglichen, der möglichst vergleichbar und gut ist, unterstütze ich immer dann, wenn die Hygienevorschriften eingehalten werden. Und da geben sich alle vor Ort die allergrößte Mühe. Wenn Sie jetzt mal als Finanzministerin auf die Abschlussjahrgänge blicken, würden Sie sagen, das ist der Corona-Abschlussjahrgang, die jetzt die Schule verlassen? Nein, den Stempel würde ich niemandem aufdrücken wollen. Ich glaube, man kann es auch positiv labeln. Das ist der Jahrgang, der gelernt hat, selbstständig zu lernen, der ganz viel digital gelernt hat, der vorbereitet ist auf eine digitale Arbeitswelt. Also lieber ein Positiv-Label und nicht sagen, hier ist der Stempel, ihr seid der Corona-Jahrgang. Das ist eher der digitale Jahrgang. Das stimmt. Dann kommen wir zum Thema Impfen. Wie würden Sie denn bisher sagen, ist der Impfstart gelaufen? Also wir haben in Schleswig-Holstein ja ziemlich viel schon geimpft im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Wir haben die Impfzentren aufgebaut. Einer Gag hat das Anmeldesystem als Sozialminister noch einmal verfeinert, damit die Menschen sich nicht die Finger wund wählen. Aber die Hauptherausforderung ist natürlich wirklich, den Impfstoff zu bekommen. Und da muss die Bundesregierung nacharbeiten, zusammen auch mit den europäischen Ländern. Heute ist der große Impfgipfel. Ob es da nun so klug war, die Ministerpräsidentin und TIN einzuladen, die können ja nicht viel an der Situation ändern. Aber die Pharmaindustrie und die Bundesregierung, die müssen jetzt das geben, damit der Impfstoff auch ankommt. Gleichzeitig will ich gerne sagen, die Euphorie war natürlich auch sehr groß. Und das war natürlich auch ein sehr ehrgeiziges Projekt, zu glauben, dass nach so kurzer Zeit schon sehr viel Impfstoff zur Verfügung steht. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sowie die Bundeskanzlerin Angela Merkel haben beide gesagt, bis Sommer sollen alle geimpft werden, die geimpft werden möchten. Sind Sie das zum aktuellen Zeitpunkt realistisch? Ich kann es nicht beurteilen, aber ich will einmal hoffen, dass diejenigen, die so ein Versprechen abgeben, das auch halten. Denn das ist so wichtig für die Menschen in unserem Land, dass Politik nur das verspricht, was gehalten werden kann und was versprochen ist, auch hält. Wie würden Sie denn nun beurteilen, steht Schleswig-Holstein im Vergleich zum Rest von Deutschland da? Wir waren bei den Infektionszahlen ja relativ gut, sind jetzt ein bisschen schlechter geworden, gehen eher in Richtung Bundesdurchschnitt. Wohl auch, weil wir hier eine Reihe von Mutationen haben. Beim Impfen stehen wir gut da, da sind wir im oberen Bereich und wir sorgen hier auch dafür, dass die Menschen, wenn sie die erste Impfung bekommen, auch sicher eine zweite Impfung bekommen können. Und das ist natürlich auch ganz wichtig, damit der Impfstoff so eingesetzt wird, dass die Wirkung auch nachhaltig ist. Und wie würden Sie sagen, steht Deutschland im Vergleich zum Rest der Welt da? Deutschland hat ja insgesamt das große Glück, dass wir wirtschaftlich so stark sind, dass wir unsere Wirtschaft stützen und stärken können, dass wir den Familien helfen können, Vereinen, Verbänden. Andere Länder, gerade arme Länder, haben eine viel größere Herausforderung jetzt in dieser Zeit der Pandemie. Und im europäischen Vergleich, auch da, wenn wir nach Portugal gucken, nach Spanien, Italien, schlagen wir uns ganz gut. Das darf aber natürlich nicht dazu führen, dass wir sagen, wir wollen jetzt maximal viel Impfstoff haben zu Lasten der anderen europäischen Länder, sondern da ist die europäische Zusammenarbeit wichtiger denn je. Dann zum Abschluss vom Thema Corona gerne Ihr Appell nochmal an die Bevölkerung. Also haltet euch an die Regeln, macht mit, tragt Verantwortung. Und wenn wir alle zusammenstehen und die Verantwortung wahrnehmen, dann kommen wir da auch durch. Und dann haben wir auch im Sommer den Lichtblick, wieder draußen miteinander Spaß haben zu können. Da kommen wir jetzt nochmal zu unserem letzten Thema, zur US-Wahl. Was sagen Sie denn nun zum neuen US-Präsidenten Joe Biden? Ich bin erst einmal heilfroh, dass die Trump-Zeit vorbei ist. Das war ja eine tagelange Zitterpartie. Und es war ja schon unfassbar, dass ein Präsident in einem demokratischen Land einfach ein Wahlergebnis derart anzweifelt und sich alles Mögliche ausdenkt, was nicht stimmt. Und es ist ja auch brandgefährlich, wenn ein Präsident die Bevölkerung gegen ein demokratisches System aufbringt. Insofern bin ich sehr froh, dass es diesen Wechsel gegeben hat. Und wir sehen ja auch, die ersten Erfolge sind da beispielhaft natürlich, dass die Vereinigten Staaten zurückgekehrt sind in das Pariser Klimaschutzabkommen. Wie würden Sie denn sagen, verbessern sich die Beziehungen zwischen beispielsweise Deutschland und Amerika? Zuerst einmal ist es ja wichtig, dass Demokraten wieder miteinander reden, sich austauschen, gemeinsam auch ein Interesse an Klimaschutz, an Erfolgerverständigung, an Frieden haben, aber auch an einer starken Demokratie. Und insofern stehen alle Ampeln auf Grün für ein gutes Verhältnis zwischen Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika. Und wie sehen Sie die Verhältnisse zwischen Amerika und beispielsweise China oder Nordkorea? Wir haben ja viele Staaten auf der Welt, wo sich immer wieder die Frage stellt, wie gehe ich mit den Staaten um, wo eben kein demokratisches System ist, wo Menschenrechtsverletzungen stattfinden, wo Diktaturen sind. Und aber auch da hilft es nur immer wieder miteinander in den Dialog zu gehen, sachorientiert als Demokratie auf die Länder zuzugehen und auf der einen Seite natürlich Menschenrechtsverletzungen anzusprechen und auch einzufordern, dass die Dinge dort anders werden. Aber auf der anderen Seite den Dialog aufzuhalten, weil ohne Dialog und ohne Völkerverständigung kommen wir auch nicht bei. Wie wahrscheinlich sehen Sie denn einen Kriegsausbruch vielleicht zwischen China und den USA, weil China jetzt auch schon wieder droht mit dem Taiwan-Konflikt? Ich kann nur sehr stark hoffen, dass es keinen Ausbruch von Krieg gibt. Das wäre ein Desaster, gerade auch bei den Waffen, die wir haben. Und auch deshalb bin ich froh, dass wir mit beiden doch einen Präsidenten haben, der spürbar auf Demokratie setzt und ich hoffe auch auf Deeskalation. Dann lassen Sie uns jetzt noch mal nach Amerika blicken. Knapp zwei Wochen vor dem Amtseid von Joe Biden gab es Proteste und Eindrängungen ins US-Kapitol. Im September stehen die Bundestagswahlen in Deutschland an. Denken Sie denn, so etwas wird es vielleicht auch bei uns in Berlin geben? Das waren in Amerika ja tatsächlich erschütternde Bilder, wie ich sie mir nicht hätte vorstellen können. Und das hat in Deutschland uns schon alle auch noch einmal wachgerüttelt. Die Demokratie wird uns nicht geschenkt. Wir müssen jeden Tag dafür streiten. Wir müssen mit Menschen, die anders denken, ins Gespräch kommen. Wir müssen vor allem auch sehen, dass wir Teile der Bevölkerung nicht verlieren, dass wir die Spaltung zwischen Arm und Reich, dass die Schere nicht weiter auseinander geht, sondern dass wir alle mitnehmen und allen eine Zukunftsperspektive geben, gerade auch den jungen Leuten. Und gleichzeitig müssen wir natürlich unseren Rechtsstaat auch so verteidigen, dass der Reichstag geschützt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich ein optimistischer Mensch bin, dass wir Bilder in Amerika nicht haben werden im Zusammenhang mit der Bundestagswahl. Aber das ist alles kein Selbstgänger. Dafür müssen wir in unserer Demokratie jeden Tag kämpfen und werben. Denken Sie denn, dass man die Sicherheit jetzt beispielsweise am Schleswig-Holsteinischen Landtag oder am Berliner Bundestag noch stärkern muss? Die Sicherheitssysteme sind ja in den letzten Jahrzehnten schon unglaublich nachgerüstet worden. Als ich anfing als Landtagsabgeordnete 1996, da gab es im Landtag keine Zugangssperre. Da konnten die Menschen rein und raus in die Kantine, von der Kantine ins Landeshaus, durch den Haupteingang rein. Das hat sich ja schon alles verändert. Und insofern glaube ich, dass unsere Sicherheitskräfte ein sehr wachsames Auge gerade auch auf die Gebäude haben, wo Parlamentarismus gelebt wird und jeden Tag stattfindet. Dann blicken wir jetzt noch mal zuletzt auf die Bundestagswahl im September. Da sind wir eben ein bisschen schon drauf eingegangen. Wer wäre denn für Sie nach 16 Jahren Merkel-Politik der richtige Nachfolger? Ich schwanke zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck. Ich hoffe tatsächlich, dass wir es als Grüne schaffen. Wir werden auf jeden Fall dafür werben. Und beides wäre spannend. Sowohl ein Bundeskanzler Robert Habeck, den ich ja hier als Umweltminister erlebt habe und von dem ich weiß, dass er Gesellschaft auch zusammenführt und sehr ehrgeizig ist im Bereich des Klimaschutzes. Aber auch Annalena wäre eine fantastische Kanzlerin. Sie ist eine Person, die unheimlich kämpferisch ist als junge Frau und auch für soziale Gerechtigkeit steht und kämpft, aber auch für Ökologie. Insofern von mir aus gerne entweder Annalena Baerbock oder Robert Habeck. Die Grünen sind ja jetzt nun drastisch stärker geworden in den letzten Jahren. Wie realistisch, oder auf einer Skala von 1 bis 10, wie stark denken Sie, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein grüner Kanzler wird? Ich würde mal die 6 nehmen. Okay. 10 wäre full house. Wer könnte sonst noch Nachfolger werden von Frau Merkel? Die SPD ist ja zurzeit nicht so stark im Umfragewert und geht ja wohl mit Olaf Scholz ins Rennen. Das heißt, wenn es auf einen SPD-Kandidaten zulaufen sollte, wäre es vermutlich Olaf Scholz, wenn nicht noch Dinge in der Zwischenzeit passieren, die wir heute nicht kennen. Und ob die CDU sich für Laschet entscheidet oder für Spahn oder für Söder, das werden die selbst entscheiden. Damit müssen wir dann letztendlich leben, so wie wir ja in den letzten Jahrzehnten nach demokratischen Wahlen zum Glück auch Wahlergebnisse anerkannt haben und nicht wie in Amerika Trump gesagt haben, das ist alles Lug und Betrug. Das stimmt. Dann, Frau Heinert, würde ich mich bei Ihnen für Ihre Zeit bedanken. Gerne. Hoffen wir auf einen grünen Umschwung im Bundestag ab September. Bleiben Sie gesund. Gleichfalls. Danke für die spannenden Fragen. Schön, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Tschüss. Ja, das war sie. Folge 39 vom Kila-Wochen-Talk. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Frau Heinert, vielen Dank für Ihre Zeit. Es hat mich unheimlich gefreut, Sie auch schon persönlich getroffen zu haben. Bleiben Sie, wie Sie sind. Bleiben Sie gesund. Und weiterhin viel Erfolg für Ihre Karriere. Hoffentlich. Wir hoffen natürlich alle, die Pandemie ist bald bekämpft. Dass wir bald, so schnell wie es geht, in die Normalität kehren. Wir hoffen natürlich, dass die Konflikte zwischen den USA und China zu keinem Kriegsausbruch führen. Und wir wünschen uns natürlich auch Gesundheit, obwohl die Infektionszahlen sinken. Am Samstag hatten wir 10.000 Neuinfektionen. Knapp 11.000. Und sie sinken, sie sinken, sie sinken weiter. Und das ist ein gutes Zeichen. Jede Zahl, jede Reduzierung der Infektionszahlen ist ein richtiger Schritt zur Normalität. Und wir hoffen auch, dass die Impfungen so schnell wie es geht voranschreiten. Auch jetzt mit dem neuen Impfstoff, der Astrohazeneca. Jetzt wünsche ich euch aber eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und hier bleibt noch zu sagen, nächste Woche in Folge 40 gibt es endlich wieder eine Gruppenschalte. Und das wird auch die erste Gruppenschalte im Jahr 2021 werden. Freut euch drauf, seid gespannt und wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Haltet euch an die Regeln, macht mit, tragt Verantwortung. Und wenn wir alle zusammenstehen und die Verantwortung wahrnehmen, dann kommen wir da auch durch. Und dann haben wir auch im Sommer den Lichtblick, wieder draußen miteinander Spaß haben zu können. Und dann haben wir auch im Sommer die Regeln, macht mit, tragt Verantwortung.